Eigentlich sollten wir uns auf unseren Lebensabend freuen können. Tatsächlich haben viele Menschen aber Angst vor Armut im Alter, ungenügender Alterssicherung und auch vor Zuständen in Pflegeheimen, die wir nicht am eigenen Leibe erfahren möchten. Wir Piraten stehen für die Würde des Menschen auch im Alter, für eine sichere Existenz und auch für menschenwürdige Zustände in der Pflege.